Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir uns mit Funktionen in Klassen beschäftigen, die sich auch Methoden nennen. Und ja, Methoden haben die Möglichkeit, auf Attribute der Klasse zuzugreifen, Methoden haben die Möglichkeit, eine Klasse zu verändern und so weiter und so fort. Und die sind dadurch wirklich erst in der Lage, eine Klasse richtig mächtig zu machen. Das heißt, wir wollen heute eine Klasse mächtig machen, okay? Alles klar. Gut, wir fangen an, indem wir hier ganz einfach sagen, hey, wir wollen eigentlich eine Möglichkeit haben, unsere Maus auszudrucken, sozusagen, auf der Konsole auszugeben, wie das Ding eigentlich gerade aussieht. Und das machen wir, indem wir hier ganz einfach eine Funktion reinschreiben, Fun in die Klasse rein, Fun Print Me. Ja, wir nennen sie einfach mal Print Me oder wir nennen sie einfach nur Print. Ist das okay für euch? Gut, wir brauchen keine Parameter, denn diese ganzen Dinge hier, die bekommen wir automatisch als Parameter mit. Das ist das Tolle da dran. Und was wir zurückgeben, ist eigentlich auch wieder nichts. Das heißt, wir brauchen hier nichts reinschreiben. Und ja, jetzt können wir hier tatsächlich einen Print aufrufen. Wie wollen wir denn unsere Maus ausgeben? Nun, wir sagen, wir wollen das Ganze mit einer Print Line machen. Ähm, und zwar sagen wir hier Name, Doppelpunkt, Plus Name. Dann nächstes Print Line, Print Line, ähm, Geschwindigkeit. Ha, ich hab's richtig geschrieben. Und dann geben wir natürlich V aus. So, und ja, das ist eigentlich schon alles, was wir brauchen. Jetzt brauchen wir hier unten diese nervigen Print Lines nicht mehr zu schreiben, sondern wir können eine Maus einfach ausgeben, indem wir die Print Funktion aufrufen. Jetzt können wir aber nicht einfach sagen Print, sondern, äh, Print wäre jetzt hier immer noch, ähm, das, was wir, naja, im Endeffekt das, was das normale Print ist. Wir müssen dieses Print auf einer Maus aufrufen. Und das machen wir, wie wir das auch bei den Attributen gemacht haben. Wir können hier einfach sagen, Fridolin.print. Okay? Das heißt, ihr könnt Methoden genauso aufrufen, wie ihr die Variablen von den, ähm, von den Instanzen aufrufen könnt und auch verändern könnt. Und das ist das Coole daran. Das heißt, jetzt wird mich hier automatisch Fridolin ausgegeben. Und wenn ich jetzt hier hinten dran zum Beispiel noch sage, Hey, ich möchte von Fridolin, ähm, Fridolin, die Geschwindigkeit auf 3 setzen, weil er offensichtlich hart trainiert hat und es verdient hat, dass er jetzt mal schneller wird, und anschließend ausgeben, dann sehen wir hier, okay, ich muss daran nichts ändern an dem Code. Ich muss einfach nur Print aufrufen und es wird genauso wieder alles ausgegeben. Ebenso hier mit der Geschwindigkeit 3,0 Meter pro Sekunde. Das können wir noch hinten dran schreiben, dann ist es vielleicht eindeutig. Plus Meter pro Sekunde. So, ähm, genau. Also ich musste dafür nichts ändern. Ich habe quasi meinen Blueprint und der sagt mir hier genau, was Sache ist und wie das alles aussieht. Und ja, das ist eigentlich ziemlich komfortabel, muss ich sagen. Und so kann man das auch durchaus mal stehen lassen. Jetzt ist natürlich eine Maus durchaus noch mächtiger. Das heißt, eure Übung hier ist jetzt, packt in eure Maus oder in was auch immer ihr für Klassen habt noch mehr Variablen rein. Alle, die ihr haben wollt, alle, an die ihr denken könnt, ähm, packt noch irgendwelche coolen Berechnungen rein. Zum Beispiel macht folgendes mal. Und das ist jetzt tatsächlich eine Übung. Schreibt euch eine Laufrad-Funktion, in die ihr die Dauer reinschreibt, so lange wie die Maus quasi in diesem Laufrad verbringt. und gebt dann mit einem Return-Wert den Wert zurück an Metern, den die Maus in diesem Laufrad verbracht hat. Okay? Und ja, das machen wir gleich zusammen noch als kleine Übung. Und ja, jetzt pausiert ihr mich bitte wieder mal. Ihr kennt das Verfahren mittlerweile, denke ich. Und jetzt gehen wir an die Lösung. Das heißt, wir machen hier eine Funktion Laufrad, fahren Laufrad und sagen hier Dauer in, äh, ist ein Integer und natürlich die Meter, wobei, ne, eigentlich die Dauer kann auch, doch, wir machen das Ganze in Sekunden, das ist okay. Und die, ähm, die Meter, die wir zurückgelegt haben, das ist allerdings ein Double, weil wir natürlich eventuell hier auch eine, äh, krumme Zahl an Geschwindigkeit haben. So, und was wir jetzt hier machen ist, wir sagen, naja, wie weit sind wir denn gelaufen? Und das ist eigentlich eine relativ einfache Rechnung. Ähm, die Geschwindigkeit ist in Metern pro Sekunde. Das hier ist offensichtlich in Sekunden angegeben. Wir wollen Meter raus haben. Das heißt, das ist einfach eine, ähm, Funktion, die mir hier V mal, äh, die Dauer nimmt. So, und ja, das ist im Endeffekt auch schon alles. So lange, oder wenn eine Maus so lange gelaufen ist, dann hat sie so und so viele Meter zurückgelegt. Wir lassen jetzt mal Fridolin laufen und zwar geben wir das hier mit einem Printline aus. Ähm, Fridolin.laufrad und zwar lassen wir ihn mal eine Minute lang im Laufrad verbringen. Mal gucken, wie weit er kommt. Und das sind offensichtlich 180,0 Meter fehlt leider hinten dran. Das ist nicht mit ausgegeben. Aber offensichtlich hat er 180 Meter zurückgelegt, weil er echt eine verdammt schnelle Ratte ist. Oder Maus in dem Fall. Ups, sorry. Ähm, genau. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch dieses Video zeigen wollte. Ähm, eine Kleinigkeit möchte ich hier noch anmerken. Und wir werden hin und wieder mal folgende Schreibweise sehen. Ihr seht, das ist blau gedruckt hier, dieses V und diese Dauer ist schwarz gedruckt. Blau gedruckt sind immer die Variablen aus der Klasse oder die, ähm, naja, diese Dinge hier. Okay. Wenn einer mal hier aus Versehen eine Variable gleich benennt, also V und V, dann sehen wir hier, hm, das ist nicht unbedingt eindeutig. Wir wissen nicht, welches V ist jetzt gemeint. Und normalerweise nimmt dann eine Methode immer das V, das ihr hier habt. Das seht ihr daran, dass hier zweimal schwarz ist und es mir einen Fehler ausgibt, weil ich eben zwei Integer miteinander multipliziere. Ja, das heißt, das würde im Endeffekt nur quadrieren. Was man dann macht ist, man sagt, okay, ich habe ein V hier in meiner Klasse und ich möchte auf meine Variablen der Klasse zugreifen. Das mache ich mit this Punkt, ja. Dieses this bezeichnet immer die aktuelle Maus, die ihr ansprecht. Das heißt, wenn ihr sagt, Fridolin Punkt Laufrad, dann ist this Fridolin. Also this bezieht sich dann auf Fridolin. Während wenn ihr mini ansprecht, dann ist this hier in einer Funktion oder in einer Methode drin, bezieht sich auf mini. Das heißt, ihr nehmt immer das aktuelle V, das ihr quasi angegeben habt. Und zwar aus der Klasse, selbst wenn hier ein V angegeben ist. Okay, ihr seht, das ist wieder blau, das ist schwarz und jetzt haben wir auch wieder ein Double hier. Jetzt können wir das Ding auch wieder umbenennen, eigentlich in Dauer. Und hier auch Dauer natürlich. Und genau, manchmal sieht man das, weil es dann eindeutiger ist. Manche Leute brauchen das unbedingt, damit sie glücklich sind. Man muss es normalerweise nicht angeben, wenn man this ansprechen möchte, sondern es reicht, den Namen der Variablen anzugeben, solange eben diese Variable eindeutig ist. Okay. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch dieses Video wieder zeigen wollte. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.